Guten Tag, ich hoffe, dass jeder ist satt geworden und ich habe es das Vergnügen, den Herrn Simon Meckle vorzustellen von der Firma Konsol und er wird uns jetzt einen Vortrag halten über End-to-End Monitoring von Web-Applikationen mithilfe von SAI. Viel Spaß. Danke. So, hallo, ja, mein Name ist, wie gesagt, Simon Meckle, bin von der Firma Konsol in München, habe seit gut zehn Jahren mit Nagios zu tun und bei Konsol bin ich seit einem guten Jahr und arbeite an verschiedenen Monitoring-Projekten und unter anderem jetzt auch an so einer Sache wie diesem SAI OMD Monitoring-Projekt und darüber möchte ich jetzt heute in der nächsten Stunde was erzählen, was sich da mittlerweile getan hat. Ich habe es ja am Nagios-Workshop in München schon vorgestellt und da sind jetzt zwischenzeitlich ein paar ganz nette Sachen mit dazugekommen und das ist jetzt quasi so ein Update, aber vorweg möchte ich auch die ganzen Grundlagen erzählen, die vielleicht doch ganz interessant sind, um zu verstehen, wie SAI genau arbeitet. Ich bitte meine etwas desolate Stimme zu entschuldigen, bin da nicht ganz fit stimmlich. Gut. Dann, was habe ich jetzt alles vor zu zeigen? Einmal zur Einführung, warum macht man sowas überhaupt? Welche Gründe gibt es, Webseiten end-to-end zu überwachen? Dann komme ich auch gleich auf SAI zu sprechen, die Eigenschaften, wie funktioniert es, ist dann im nächsten Teil. Was hat der SAI-Proxy für eine Funktion? Was sind Suites? Was sind Cases? Die SAI-API mit ihren ganzen Funktionsaufrufen. Dann kommen wir zur ersten Live-Demo, das ist einfach Login und Logout aus so einem Demo-Webshop, den ich mit dabei habe in der VM. Und dann kommen wir zu dem SAI-to-OMD, so heißt dieses Gebilde, was ich da gebaut habe, dieses kleine Projekt. Einen besseren Namen suche ich noch, aber ich denke, der spricht zumindest und sagt aus, was sich dahinter verbirgt. Ich stelle das kurz vor. zeige dann, wie man so ein Standard-Sahi-Skript, wie man es vielleicht in der ersten Live-Demo erzeugt hat, wie man sowas dann vorbereitet als Nagios-Check. Da haben wir so ein Grundgerüst, in das wir das Skript dann packen. Dann erkläre ich die zwei Betriebsarten von diesem SAI-to-OMD. Da gibt es einmal den NSCA-Modus und einmal den Datenbank-Modus. Und dann habe ich ein Fallbeispiel dabei, was man konkret mal an so einem Webshop wirklich überprüfen kann, was vielleicht so eine Idee wäre. Das zeige ich. Wir besprechen die Test-Cases, schauen uns ein bisschen mit dem Quellcode um, was da alles so passiert. Die Batch-Datei, die den SAI-Case startet. Und zu guter Letzt dann auch, das ist ja auch wichtig, den Output, wie das Ganze in OMD dann aussieht, welche Performance-Daten rausfallen am Ende genau. So, das zur nächsten Stunde. Also die Motivation beim Monitoring geht es ja immer darum, dass wir feststellen, wie ist die Gesamtverfügbarkeit von meiner Infrastruktur, beziehungsweise von dem Dienst, den ich zur Verfügung stelle. Und dieser Dienst kann zum Beispiel eben eine Web-Applikation sein, mit der ich mein ganzes Geld verdiene. Diese www.superwichtig.de hier zum Beispiel. Beim Monitoring, also so wie wir das halt mit Nagels zum Beispiel machen, gehen wir so vor, dass wir uns erstmal eine ganze Reihe technischer Checks aufsetzen, die alle punktuell bestimmte Sachen prüfen. Das hat alles durchaus seine Berechtigung und ist auch wichtig, um Performance-Engpässe festzustellen und so weiter und so fort. Aber da landet man, das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, bei Hunderten, Tausenden von Checks. Und um die, um da einen Überblick drüber zu kriegen, kann man sich noch mit Business-Prozessen behelfen, um diese Stati zu aggregieren und einfach die Geschäftsprozesse im Monitoring-System abzubilden. Aber ob der eigentliche Dienst, mit dem ich Geld verdiene, ob der verfügbar ist, die Aussage kann ich aufgrund von normalen Checks und Business-Prozessen zu 100% trotzdem nicht treffen. Und ja, wir sitzen da, um es mal in einem anderen Beispiel zu sagen, wir sitzen in einem Auto und unser hochintelligenter Bordcomputer sagt uns, dass alles wunderbar okay ist, aber aus irgendeinem Grund können wir nicht losfahren. Und es muss also jemanden geben, der tatsächlich mal in dieses Auto sich auch reinsetzt und eine Runde dreht. Und wenn sich dieses Auto von A nach B bewegt, dann weiß ich, okay, das Auto funktioniert. Gut, jetzt komme ich zu Zahi. Was ist, was kann Zahi? Es ist von einem Inder entwickelt, Narayan Raman. Das ist ein Web-Automations- und Testing-Tool, mit dem also ein User-Verhalten im Browser simuliert werden kann. Gleich mal zur Abgrenzung. Das ist nichts wie zum Beispiel bei AutoIt, wo dann der Mauszeiger hin und her flitzt, sondern die Aktionen finden alle im Browser-Fenster selbst statt. Zahi kann mit Ajax umgehen, mit Frames, iFrames, kann Dateien rauf und runter laden, kann mit Browser-Alarmen umgehen, beherrscht Authentifizierungsmechanismen, mit Zertifikaten kann es umgehen, hat eine recht leistungsfähige API. Da gibt es einen ganzen Funktionssatz, mit dem ich die Objekte im Browser-Fenster ziemlich leicht adressieren kann. Und das hat nichts mit zum Beispiel X-Pass zu tun, wo ich über L lange Definitionsketten mich zu den Elementen hinhangeln muss, sondern, das werden wir dann gleich sehen, ich kann die Elemente ziemlich intelligent aus dem Seitenmodell rausfischen. Es gibt auch Funktionen für Datei- und Datenbankzugriff, um auch größere Tests zu fahren, wo ich dann einfach massenweise Testdaten reinhuste in so einen Check. Fast selbstredend natürlich ein Batch-Mode, dass das Ganze automatisch ausgeführt wird und multithreaded, wenn ich das will. Da komme ich aber später noch dazu. Sahi erkennt selbstständig, wenn die Seiten fertig geladen sind. Das trifft auch auf bestimmte IACS-Requests zu, wenn also noch auf Daten gewartet wird. Ich muss also nirgendwo oder fast nirgendwo künstliche Wades noch einbauen, um dann davon ausgehen zu können, dass jetzt der Browser wirklich alles hat, was er braucht. Das ist sehr praktisch bei Sahi. Es läuft auf jedem Betriebssystem, auf dem auch Java läuft, also im Prinzip alles. Und in so gut wie jedem Browser ist es kein Plugin oder ähnliches erforderlich. Zu guter Letzt Sahi ist Open Source. Es gibt noch eine kommerzielle Version, die kostet so um die 500 Euro, kann noch einiges mehr, hat schon viele Sachen dann fertig als Funktionssatz vorbereitet, was man sich halt ansonsten selbst bauen muss, was ich auch zum Teil gemacht habe. Was kann Sahi nicht? Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, alles, was sich außerhalb des Browserfensters abspielt, das ist also alles, was nicht über das Document-Object-Model ansprechbar ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwo drin ein kleines Flash gezappelt habe, da kann ich natürlich mit Sahi nicht reinschauen, weil das ist für Sahi eine Blackbox. Das ist aber eigentlich auch klar, dasselbe trifft auf Applets zu. Na ja, und dann wie gesagt, Tests außerhalb vom Browser, da muss man dann zu Sachen wie Auto-It greifen, aber das ist eine ganz andere Thematik. Die Tools haben jeweils ihre Stärken und im Web-Bereich ist es ganz klar Sahi. So, ganz kurz zur Funktionsweise. Ganz normaler Web-Traffic sieht so aus, dass ich meinen Browser starte, eine Seite aufrufe, der Browser schickt einen Request zum Web-Server und der Web-Server antwortet mit einer Response. Das ist alles bekannt. Jetzt installiere ich Sahi auf dieser Testkiste. Sahi läuft als Prozess, der auf Localhost 9999 hört. Und Sahi kann die Browser, die auf dem System installiert sind, mit ganz bestimmten vordefinierten Profilen starten. Und in diesen Profilen ist dann schon hinterlegt, unter anderem, dass der Browser zum Beispiel keine Updates suchen soll, wenn so ein Check läuft. Das ist natürlich klar. Aber die Haupteigenschaft natürlich ist die, dass der Browser dann nicht mehr direkt an den Web-Server geht, sondern dass der den Proxy benutzt, diesen Sahi-Proxy-Prozess, der dann in den Traffic reinschauen kann. Und wenn ich jetzt eine Seite aufrufe, also ich zeichne jetzt mal so einen Sahi-Test-Case auf, führe also im Browser eine Aktion aus, der Browser benutzt als Proxy den Sahi-Prozess, der Sahi-Prozess leitet das Ganze, wie es halt ein Proxy macht, an den Web-Server weiter, zeichnet aber gleichzeitig auch die Steps in einem sogenannten Test-Case-File auf, als Sahi-Skript. Das ist angelehnt an JavaScript, ein eigener Sprachraum. Der Web-Server antwortet dann zurück an den Sahi-Proxy und der Sahi-Proxy liefert die Seite an den Browser aus. Also im Prinzip bis auf den Pfeil hier unten entspricht es einem ganz normalen Proxy erstmal. Wenn ich so einen Test jetzt abspiele, dann starte ich Sahi mit dem Parameter, führe diesen Test-Case hier aus, Sahi startet den Browser mit dem entsprechenden Profil, dass der Browser auch wieder weiß, ich muss über den Proxy-Prozess gehen, das macht er dann auch, schickt dann den Request an den Web-Server, der Web-Server antwortet wieder zurück an den Sahi-Prozess und Sahi kann, eben weil es teilnimmt an diesem Verkehr zwischen Browser und Web-Server, kann den Inhalt der ausgelieferten Seiten dann überprüfen und dann im Prinzip alles auf alles Einfluss nehmen und überprüfen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem bereits existierenden Proxy, das ist selbstredend, man kann dem Sahi-Prozess über eine Konfigurationsdatei auch sagen, ich habe hier schon in der Firma einen Proxy, benutzt du bitte den und der Browser benutzt den Sahi als Proxy. So ein Sahi-Test-Case, den ich da aufgezeichnet habe, der kann entweder einzeln abgespielt werden oder auch zusammengefasst werden in einer sogenannten Sahi-Suite. Das ist eigentlich nur so eine Sammeldatei, die mir bestimmte Test-Cases nochmal gruppiert. Hier sieht man dann auch, das ist tatsächlich der ganze Inhalt einer solchen Suite-Datei, da wird einfach nur der Test-Case angegeben und die Start-URL, mit der ein solcher Test-Case hier dann starten soll. Die Elemente, die Sahi sich aus dem Browser rauszieht, die werden über das DOM-Modell, das Document-Object-Model, adressiert. Das ist eine Norm, die den Zugriff auf die Objekte in so einem HTML-Dokument bietet und beschreibt. Und solche Markup-Dokumente wie HTML bestehen aus Knoten. Also so ein HTML-Quelltext lässt sich auch als Baum dann darstellen und über bestimmte Funktionen, die ich jetzt dann gleich erklären werde, kann ich diese Objekte adressieren und direkt aus dem Baum rausziehen. Ich muss mich also nicht über den ganzen Pfad durchhangeln. Da kommen wir jetzt eben zu den Funktionen von Sahi, der interne Funktionsumfang. Es gibt da grob drei Klassen, die Browser-Accessor-API, die Browser-Action-API und die Michelinus-API. Ich möchte ganz kurz die drei Klassen erklären. Die Browser-Accessor-API umfasst alle Funktionen, mit der Sahi tatsächlich auf die Objekte im Browser zugreift. Solche Funktionen erwarten immer einen Identifier. Und da wird es jetzt interessant, dieser Identifier, der kann alles Mögliche sein. Das kann ein Index sein. Also zum Beispiel der Link mit dem Index 9 auf der Seite. Die haben alle einen Index, über den ich Sie ansprechen kann. IDs, Namen, CSS-Klassen, Namen und so weiter. Das Ganze kann ich sogar noch, wie hier unten, als Regular Expression angeben und den Rest quasi Sahi überlassen. Wenn es mehrere Treffer gibt, dann nimmt er halt den ersten. Das ist dann mein Pech, aber ich habe zumindest immer mehrere Möglichkeiten, solche Links oder generell solche Objekte anzusprechen. Eine weitere nette Funktion oder Eigenschaft dieser Browser-Accessor-APIs, das sind die DOM-Relations. Und zwar erwarten die einen Identifier und einen DOM-Relation-Marker. Ich habe also hier zum Beispiel im ersten Beispiel möchte ich auf ein Bild zugreifen, welches den Namen delete.gif hat. Und um jetzt eindeutig bestimmen zu können, welches delete.gif ich meine, kann ich entweder abzählen, welchen Index hat dieses delete.gif und wenn sich der Index verschiebt, dann habe ich schon wieder Pech gehabt. Wenn ich dagegen mit einer DOM-Relation arbeite, kann ich ihm sagen, innerhalb des DOM-Baums auf gleicher Ebene muss es auf Ebene der Zelle mit dem Namen user4 ein Image-Delete-Gif geben und das nimm bitte. Dasselbe funktioniert auch mit Teilbäumen, also mit der Funktion under und mit in, mit dem ich Objekte innerhalb eines bestimmten Objekts, zum Beispiel einem Diff oder so, oder einer Zelle adressieren kann. Wenn ich das Problem habe, dass sich der Seitenaufbau zu schnell wieder ändert oder wenn er ganz dynamisch ist, bin ich mit solchen DOM-Relations eigentlich auf der sicheren Seite, weil ich damit die Elemente eher nach der Position beziehungsweise aufgrund ihrer Nachbarschaft adressieren kann und das kann eine große Hilfe sein. Zweite Klasse, die Browser-Action-API. Ja, da ist so ziemlich alles drin, was ich im Browser dann selbst ausführen kann. Das sind Mausklicks, das sind Mouse-Over, Drag-Drop-Aktionen, ich kann Werte in Felder einfügen, auch Prüfroutinen, die Assert-Funktionen, die haben ja eigentlich immer sprechende Namen, mit denen kann man Elemente auf bestimmte Eigenschaften überprüfen und wenn diese Eigenschaft nicht zutrifft, dann feuert diese Funktion eine Exception ab und der Case endet kritisch beziehungsweise unsuccessful. Verschiedene Debugging-Funktionen, Prompt, Alert und so weiter, was man halt so braucht, wenn man entwickelt und testet. Und dann die dritte Gruppe, das sind einfach ganz verschiedene Funktionen, wie Random-Funktionen, Log-Funktionen, Funktionen, mit denen man auf den Fluss des Skripts noch Einfluss nehmen kann, um zum Beispiel einen Exception-Zähler wieder zurückzusetzen. Also wenn ein Fehler passiert, kann ich mit bestimmten Funktionen wieder dafür sorgen, dass dieser Fehler gelöscht wird unter bestimmten Bedingungen. Bestimmte Datenfunktionen, wo ich auf Datenbanken, Files zugreifen kann, CSV-Files einlesen kann, Browser-Erkennung und so weiter. Gut. Dann kommt die erste Live-Demo. Da möchte ich jetzt einfach mal zeigen, wie man mit Sahi so einen ganz einfachen Test-Case aufzeichnet. Das hat jetzt noch gar nichts mit Monitoring, mit Monitoring so wie wir es kennen, zu tun. Das ist jetzt einfach mal plain Sahi. Und zwar hole ich mir jetzt erstmal die Testmaschine in den Vordergrund. Das ist also jetzt meine Sahi-Testmaschine. Sahi starte ich erstmal über eine ganz einfache Verknüpfung. Das ist eine Java-Konsole, die sich da startet und die öffnet mir dann das Sahi-Dashboard. Jetzt läuft Sahi und ich habe hier über das Dashboard die Möglichkeit, die Browser zu starten, die bei mir auf dem System installiert sind. Wie gesagt, ach ja, genau. Sollte ich jetzt ausschalten. Sonst kommen wir uns ins Gehege. Mit dabei ist auch ein Browser, den vielleicht nicht so viele kennen. Das ist ein Headless-Browser, der Phantom.js. Da werkelt im Prinzip die gleiche Engine wie beim Safari zum Beispiel. Damit kann ich meine Checks, wenn ich das will, auch komplett Headless ausführen, also ohne offenes Browser-Fenster. Und dann auch Multi-Threaded ist vielleicht auch ganz nett, aber am interessantesten sind tatsächlich dann die Checks in den offenen Browser-Fenstern. Ja. Muss der Benutzer für diese Tests angemeldet sein? Gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass ja. Ich denke, du meinst jetzt den Windows-Benutzer, mit diesem Windows-Benutzer. Ja, genau. Ah, jetzt hält es. Gut, dann starte ich jetzt mal den Firefox, in dem möchte ich jetzt meinen Test durchführen. Man hat jetzt schon gesehen, in dem Konsolen-Fenster, der Aufruf von Firefox geschieht mit einem ganz speziellen Profil, das ist im SAHI-Verzeichnis hinterlegt, mit der Start-Ul-SAHI-Example.com. Das ist so eine Pseudo-Domain, mit der ich dann auf diese Startseite herkomme. Die wird vom SAHI-Proxy ausgeliefert, der ja lokal hier läuft. Jetzt gehe ich mal auf meinen Demo-Web-Shop, den ich jetzt dann gleich traktieren will. Zum Aufnehmen eines SAHI-Cases brauche ich den SAHI-Controller. Der Controller wird jetzt aufgerufen durch einen bestimmten Shortcut. Das heißt, ich muss Alt festhalten und irgendwo doppelt auf der Seite klicken. Jetzt kommt der Controller. Das funktioniert deswegen, weil der Browser hat sich initial vom SAHI-Proxy schon so eine gewisse Startseite geholt und da steckt die komplette JavaScript-Logik drin, mit der ich über SAHI dann mit dem Browser kommunizieren kann und den Browser dann auch danach fernsteuern kann. Jetzt lege ich mir einen Test-Case an. Log in, log out. Ich drücke Record. Also, ich möchte mich einloggen auf dieser Seite und wieder ausloggen. Dazu bewege ich jetzt mal den Mauszeiger über den Anmelde-Button und wenn ich dazu noch die Kontroll-Taste festhalte, dann sagt mir der Controller schon, welche Elemente da drunter jetzt genau liegen. und dieses Handle, was ich da bekomme, das kann ich sogar noch mit Alternativen auflösen. Also, das sind jetzt alle Alternativen zu diesem Anmelde-Button, die ich zur Verfügung habe. Normalerweise reicht es, wenn man den vorgeschlagenen Accessor nimmt, aber es kann ja eben verschiedene Gründe geben, warum man vielleicht eine Alternativfunktion verwenden will. So, und wenn dieser Accessor jetzt in dem Controller geladen ist, dann kann ich damit bestimmte Aktionen ausführen. Ich kann einfach mal so zum Spaß dieses Element highlighten. Jetzt sehe ich oben, dass dieser Button auch markiert wird. Ich habe also eine Kontrolle darüber, ob ich auch richtig ansetze am richtigen Element. Ich kann dieses Element auch zum Highlight noch schnell, was ich auch immer ausführe, wird hier unten in dieses Expression-Fenster eingetragen. und bestimmte Aktionen, wie zum Beispiel Highlight, die wandern nicht automatisch in das Skript, kann ich aber mit Append to Skript bewerkstelligen. Das ist also jetzt der erste Eintrag in unserem Skript. Das schauen wir uns gleich an. Jetzt klicke ich auf diesen Button drauf. Das wird jetzt automatisch ins Skript schon übernommen. So. Doch, der heißt Sahimon eTuring. Man sieht schon, dass sich hier unten einiges tut. Jetzt kann ich wieder den Anmelde-Button mir als Handle reinholen. Highlighten. Append ich auch ins Skript. Das ist eine ganz hilfreiche Methode, diese Markierungsaktionen, weil wenn der Check dann mal fertig ist und läuft, dann sieht man nur noch Browser-Fenster wechseln und hat eigentlich gar nicht mehr so richtig Plan, was alles passiert. Wenn davor die Elemente, die Zahi aktiviert, oder auf das es Aktionen auslöst, wenn die vorher markiert werden, dann hat man ungefähr ein Gefühl dafür, was sei da alles im Schilde führt. So. Genau. Append to Script. Und jetzt kann ich ihn anklicken und mich anmelden. Jetzt bin ich eingeloggt. Und jetzt melde ich mich auch schon wieder aus. Kontroll festhalten. Drüberfahren. Im Controller. Highlighten. Jawohl. Passt. Append to Script. Und jetzt klicke ich noch drauf. Ausgeloggt. Langsam. Das kommt alles. Das kommt alles später. Genau. Jetzt gehe ich auf Playback. Das ist mein aufgenommenes Skript. HTTP. Doppelpunkt. Oxys. Shop. Set. Damit initialisiere ich jetzt diesen Test und kann ihn jetzt einfach mal testhalber abspielen. Entweder Step by Step oder über Play. Ich versuche es jetzt einfach schon mal über Play. Sollte eigentlich funktionieren. Genau. Das ist alles. Das ist unser erster Sahi Test Case. Success. Gut. Das Skript ist dann hier. Das ist jetzt unser Sahi Skript. Das ist vom Sahi Controller aufgenommen worden. Soweit, so gut. Das hat jetzt momentan ja eben noch nichts mit Nagis zu tun. Also sowas wie jetzt Performance Daten oder das Ganze an Nagis erstmal melden, passiert da überhaupt noch nicht. Bei Sahi ist eine Batch-Datei dabei, mit der man genau dieses Gebilde jetzt automatisiert abspielen kann. Und das war's. Und da setze ich jetzt an und habe mir eben aufgrund der Vorlage von Gerhard Lauser, der hat das Ganze ja in seinem Nagis Praxisbuch beschrieben, wie man solche Sahi Cases mit Nagios koppelt. Ja, aufgrund dieser Idee habe ich weitergemacht und das fortentwickelt. Gut, jetzt muss ich wieder die Folie wechseln. Ja. Passwörter? Du meinst verschlüsselt in der Datei? Meines Wissens nicht. Ja. Gut. Also das Sahi-to-OMD basiert wie gesagt auf dem Konzept, so wie man es im Praxisbuch findet. Und Motivation für die Weiterentwicklung war die verbesserte Fehleranalyse. Es ist, wenn man mit Sahi anfängt, nicht unbedingt immer einfach auch rauszufinden, warum der Check jetzt gerade nicht funktioniert hat. Warum er auf die Nase gefallen ist, wenn man dann mit NSCA und so weiter weitermacht, wird es immer schwieriger, solche Fehler auszumerzen. Also die Fehlerursachen sind da sehr unterschiedlich und das wollte ich einfach verbessern und ein bisschen härten, dadurch, dass ich es einfach verpacke in einem Rapper-Skript. Das ist ein VW-Skript geworden, mit dem ich vorher schon alle möglichen Sachen überprüfe und dann letzten Endes Sahi-Aufruf, wenn ich davon ausgehen kann, dass es funktioniert. Modularisierung. Ich habe ziemlich viele Funktionen, die man zwangsläufig im Zusammenhang mit Nagios oder mit was auch immer man mit diesen Ergebnissen machen will, habe ich ausgelagert, um sie einmal zu definieren und raus aus dem Test-Case zu halten, sodass man eigentlich im Test-Case dann fast nur noch das stehen haben sollte, was Sahi aufgenommen hat. Ein bisschen mehr ist es, das zeige ich gleich, aber das ist verschmerzbar und eigentlich auch ziemlich gut nachvollziehbar. Ich wollte eine definierte Schnittstelle zu Nagios schaffen, Schnittstellen, weil es ja jetzt einen zweiten Modus gibt, den Datenbankmodus, und wollte das Ganze so weit, wie es irgendwie geht, mit Informationen anreichen. Also aussagekräftige Performance-Daten, einen Output, den man auch nachvollziehen kann, der möglichst viel schon über den Fehler erzählt, der passiert ist. Das war mir alles wichtig. Features. Wie gesagt, die zwei Betriebsmodi. Wenn eine Exception stattfindet, kann automatisch ein Screenshot angefertigt werden, Laufzeit-Performance-Daten von der Suite selbst, von den Cases, die innerhalb der Suite gelaufen sind, und was Sahi in der Open-Source-Version nicht vorsieht, Laufzeiten der einzelnen Steps. Mich interessiert ja vielleicht innerhalb eines solchen Test-Cases nicht nur, wie lange der gelaufen ist, sondern was hat sich innerhalb dieses Cases getan. Also, wie viele Sekunden hat es gedauert, erst mal die Startseite zu laden und dann um sich einzuloggen. Das sind ja alles wieder so Metriken, die vielleicht, wenn Sie kritische Werte annehmen, auf ganz unterschiedliche Fehler wieder hinweisen können. Mit dabei sind auch PNP-Templates, um das Ganze halt gut zu visualisieren. Gut. Ich möchte jetzt im Folgenden hauptsächlich auf den Datenbank-Modus eingehen, weil da halt am meisten Features dazugekommen sind. Konkret sieht das Ganze jetzt so aus. Das ist jetzt unser Grundgerüst für Sahi-Scripts. Der markierte Bereich hier stimmt nicht ganz, es zählt das hier unten auch noch mit dazu. Das ist das, was Sahi aufgenommen hat. Das kam ursprünglich aus dem Controller raus und ist aufgenommen worden. Das, was außenrum passiert, ist eigentlich auch schnell erklärt. Hier oben inklude ich eine Nagios-Ink-Datei, mit der lade ich Funktionen nach, die ich einfach brauche, um das Ergebnis dann erstmal weiterverarbeiten zu können. Ich habe eine ziemlich umfangreiche Log-Datei, die mir dann, also das Loggen kann ich an- und ausschalten, die mir auch erzählt, was innerhalb des Sahi-Cases passiert. Dann habe ich einen Try-Catch-Finally-Block. Das ist eigentlich auch, denke ich, jedem bekannt, was so ein Block macht. Innerhalb des Trys wird einfach mal versucht, diese Aktionen auszuführen. Und wenn eine dieser Funktionen oder einer dieser Funktionsaufrufe hier einen Fehler wirft, also einen Exception, dann fällt das Skript in diesen Catch-Block und im Error-Objekt steht dann hoffentlich auch das drin, was ich später im Nagios sehen will. Das fackele ich ab mit einer Handle-Exception-Funktion, die ist auch in der Nagios-Include-Datei drin. Und zu guter Letzt, und auf jeden Fall wird dann Save-Result ausgeführt, der ich den Output mitgebe, mit den Informationen über den Verlauf des Test-Cases. Vergessen habe ich Initialize. Damit setze ich den Threshold für die Laufzeit dieses Cases, also Warning-Critical, bitte. Der Threshold? Ja, ist. Ich habe lange überlegt, wie ich das an Nagios hinbekomme, dass ich im Nagios die Thresholds definiere. Aber wir werden später sehen, was alles in so einer Suite dann drinstecken kann. Das ist dann nicht mehr nur ein Threshold. Das ist gleich ein ganzer Blumenstrauß an Thresholds. Und die will man nicht wirklich alle im Nagios setzen. Weil, wenn ich an der Nagios-Kommandozeile sitze und den Check definiere, dann sehe ich ja genau nicht gerade die Test-Cases, was die genau machen. Wenn ich hier den Case vor mir habe und sehe, welche Schritte da gleich abfolgen werden, dann ist es leichter zu entscheiden, hier schnell die richtige Zahl einzutragen. Also, das war so ein Kompromiss, den bin ich eingegangen. Ich habe eine Zwischenfrage zur Technik, weil er sich als Proxy reinkriegt. Ja. Also, wenn man relativ viel Phantom-JS, relativ viel, was auch der Vorteil ist, das Ding kann halt JavaScript amtlich und eben auch Flash. Ja. Das ist halt bei unserer Seite wichtig. Jetzt die Frage, was fällt denn da hinten wieder raus? Wie regelt das Ding in den Browser? Injektet er dann das quasi als JavaScript, also komponiert er dann zu JavaScript oder was macht er da? Wenn ein Browser redet, die Option nicht mehr. Genau. Der Browser, wenn von SAHI gestartet wird, hat schon, ich kann es später vielleicht noch im Firebug zeigen, hat schon am Kopf der Seite einen riesen JavaScript mit drin, welches von SAHI kommt und da sind dann die Funktionen drin, die den Browser erstmal fernsteuern lassen. Also, wenn das fehlt, dann weiß der von SAHI gar nichts und erst darüber haben wir die Möglichkeit, von dem SAHI-Prozess aus die Kommandos zu injecten. Das passt nämlich auf der Unterschied zwischen SAHI-SAHI. Ja. Gut. Das war's hier. Jetzt erkläre ich kurz die zwei Modi. Der NSCA-Modus, den hatte ich am Workshop schon erklärt. Der Task-Scheduler startet mir mit der Wetsch-Datei, SAHI-2-OMD. Es gibt dann noch mehr Parameter, aber das sind mal die wichtigsten. Einmal der Modus und was denn zu prüfen ist, also die SAHI-Suite. Da finden ja erstmal Environment-Checks statt. Ist NSCA verfügbar? Die TFG zu NSCA? Und so weiter und so fort. Startet dann SAHI, beziehungsweise sagt SAHI, einen entsprechenden Browser zu starten. Dann wird die Nagios-Include-Datei mit dem Test-Case geladen. Und dann fängt SAHI an, die Kommandos aus dem Test-Case-File in den Browser zu injecten. Der sich eben, wie gesagt, initial erstmal vom SAHI ja den JavaScript geholt hat. Ja. Eben wie eine Möglichkeit, das ohne den Task-Check-Lewer zu machen. Hintergrund dabei ist es immer angemeldet sein, wegen dieser Sicherheitsfunktion, dieser Windows-Session-Null-Protection. Ja. Das Problem ist, wenn dir dann der Speicher, wenn der Windows-Kabel mal voll läuft, was ja bei so einem Funkenlauf oder so ist, wenn nicht passiert. Kannst du hier nicht neu starten, ohne sich vorhanden anzumelden. Ich finde, das ist kein Problem, wenn ich das klinge an. Gibt es bei SAHI da irgendwie, das ist so, weil normalerweise auch, wenn der Test-Case 0 läuft und dann eine Applikation, den Test-Case 1 startet, ist da irgendwas? Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Es wäre vielleicht möglich, dass man dann... Ja, mit einem Headless-Browser würde es gehen, aber das will man ja vielleicht in dem Fall genau nicht. Man will ja den Browser tatsächlich offen haben. Habe ich jetzt noch keine Aussage zu... Nein. Genau. Gut. Wenn der Case fertig ist, werden die Ergebnisse über die Funktionen von der Nagis-Include-Datei in eine Ergebnisdatei geschrieben. Und SAHI-2-OMD liest diese Ergebnisdatei wieder aus und schickt das Ergebnis dann per NSCA an den Nagis-Server. Das ist das Konzept, so wie es bisher war. Problem an diesem Aufbau ist, dass ich halt immer an die maximale Output-Länge vom NSCA gebunden bin. Das heißt, mir geht ziemlich schnell dann der Platz aus. Ich kann nicht besonders viel Informationen darin unterbringen. Und wenn man dann mal eine große Test-Suite hat mit mehreren Test-Cases und mehreren Test-Steps, dann wird der Output ganz schnell relativ lang und da ist dann Schicht im Start. Für einfache Fälle tut es die Lösung. Aber für alles andere bin ich dann doch zu dem Datenbankmodus übergegangen. Der Start ist der gleiche. Modus DB. SAHI startet den Browser. Der Test wird ausgeführt. Dieses Mal aber werden die Ergebnisse in die Ergebnisdatei, in die Ergebnisdatenbank geschrieben. Und die Datenbank, die frage ich ab, aktiv mit CheckMySQL Health und einem eigens geschriebenen SAHI-Modul, mit dem ich eigentlich die Funktionsweise von CheckMySQL Health komplett selbst in der Hand habe und dann auch mehrere Queries absetzen kann. Das sind mehrere Tabellen, über die ich da abfrage. Und dann habe ich letzten Endes genau den Output, den ich will. Für einen Check, sage ich mal, sind doch ein paar Kilobytes durchaus ausreichend. Die neuesten SDA-Version kann doch so viel. Wer liest denn schon einen Check, der 20, 30, 50 Kilobytes hat? Das ist so viel sinnvoller. Im Normalfall guckt da eh keiner rein. Da reicht nur fünf Zahlen, checkt das und das geprüft, fertig, aus. Ich werde gleich zeigen, warum die Datenbank doch die bessere Wahl ist. Gut. Das war unser Login-Logout-Case. Ich möchte jetzt an diesem Webshop mal zwei Sachen abprüfen. Einmal möchte ich sicherstellen, dass ich an dem Webshop die Lieferadresse zu meinem Benutzer-Account ändern kann. Ich möchte mich also anmelden, in mein Konto reingehen und die Adresse, die dort hinterlegt ist als Lieferadresse, möchte ich ändern und danach möchte ich prüfen, ob die Änderung auch erfolgreich abgespeichert worden ist. Der zweite Check ist einfach drei Artikel in den Warenkorb legen und genau diese drei Artikel möchte ich später auch im Warenkorb dann sehen, wenn ich ihn aufrufe. Ist jetzt erst mal relativ banal, aber schon mal in der Grundfunktionalität würde ich schon mal sicherstellen, dass ziemlich viel schon mal läuft an meinem Shop. Könnte man natürlich dann endlos weiterspinnen. Ich könnte zum Beispiel sagen, lege mir die Artikel in den Warenkorb und ändere dann die Währung, wird dann der Umrechnungskurs richtig verwendet und so weiter und so fort. Aber mal als Minimalbeispiel möchte ich jetzt mal die zwei Fälle zeigen. Und zwar aufgerufen wird diese Suite über diese Batch-Datei hier. Die wird vom Task-Scheduler aufgerufen. Und zwar rufe ich hier den Scripting-Host von Windows auf. Der startet mir Saheto OMD mit dem Modus DB. Minus M1 heißt, starte, auch wenn die Suite mehr als einen Case enthält, immer nur ein Browser-Fenster. Das ist deswegen wichtig und auch interessant, weil ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich auch gute Laufzeit-Informationen rausbekomme und das auch schön grafisch aufbereiten kann. Wenn ich da jetzt eine Windows-Maschine habe, auf der ich plötzlich acht Firefox-Threads starte, dann kann sich jeder vorstellen, dass da die Laufzeiten plötzlich ganz anders aussehen. Von daher ist man nicht schlecht beraten, wenn man das bei einem Thread pro Test lässt, damit die Maschine also maximal Dampf für diesen Test hat. Minus Capture. Wenn es knallt, dann legt bitte einen Screenshot an. Das Suite-File ist dieses hier. Der Browser soll der Firefox sein und die Start-URL ist die hier. Dieses Suite-File hier sieht so aus. Habe ich ja vorher schon mal gezeigt, wie das aufgebaut ist. Es ist relativ simpel. Ich habe hier einmal den Test-Case-Lieferadresse und einmal den Test-Case-Bestellvorgang. Und die sehen dann jeweils so aus. Eigentlich auch mittlerweile alles bekannt. Ich habe hier meinen Include-Debug und dann den Try-Block und dann den Catch-Finally. Und hier habe ich den Lieferadresse-Check und bei dem gehe ich folgendermaßen vor. Ich erzeuge mir genau, ich nehme erst mal Rücksicht darauf, ob, das kennt jeder aus dem Webshop vielleicht, es gibt da so einen Haken, der sagt, liefere mir an die Adresse, die auch als Rechnungsadresse hinterlegt ist. Das muss ich erst mal deaktivieren, dass ich erst mal die Möglichkeit habe, eine andere Adresse zu hinterlegen. Wenn dieses Feld also angehakt ist, dann deaktiviere ich es. Dann erst habe ich die Möglichkeit, Werte dort einzugeben. Andernfalls mache ich gleich weiter. Hier erzeuge ich mir einen achtstelligen Zufallswert und eine zweistellige Zufallszahl und fülle dann die Felder mit First Name, Last Name, Street und so weiter plus diesem Zufallswert aus und prüfe dann später, ob diese Felder, wenn sie mir dann nach dem Speichervorgang angezeigt werden, ob die genau diese Werte wieder enthalten. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob das noch so funktioniert. Hier ist die Oxid Functionality. Erster Test Case, Bestellvorgang, einloggen. Jetzt werden hier die Felder ausgefüllt. Speichern. Das Feld wird überprüft per REC-Ex. Hat also funktioniert. Jetzt wird das Ergebnis in die Datenbank gespeichert. Nächster Test Case, der Bestellvorgang, anmelden erstmal. Zweiter Artikel, ein Wakeboard in den Warenkorb. Dritter Artikel, ein Damenshirt in den Warenkorb. Sieht man so um auch immer. Jetzt wird der Warenkorb überprüft. Ergebnis in die Datenbank und weg. Das war's. Diesen Check habe ich als Scheduled Task hinterlegt. Der ist momentan deaktiviert. Den lasse ich jetzt wieder regulär laufen. So. Das Ganze im OMD sieht dann folgendermaßen aus. Jetzt muss ich schauen, ob ich mit der Auflösung klarkomme. Also hier habe ich mal so meine Test Cases. Diese hier, das sind die, wo ich über NSCA Ergebnisse reinbekomme. Unsere ist der hier oben. Und den werde ich jetzt mal kurz reschedulen. Genau. Ich sehe also hier, okay, der erste Test Case mit der und der Laufzeit war okay. Und der zweite Test Case mit der Laufzeit war auch okay. Und die Suite an sich lief auch in der Zeit, innerhalb der Sie laufen darf. Also auch da kriege ich nochmal einen separaten Alarm. Im Detail sieht es so aus. Hier sieht man schon, was da an Performance Daten rauskommt. Ach so, genau. Eins habe ich vergessen zu zeigen. Und zwar die Step Funktion. Beim Bestellvorgang zum Beispiel. Hier kommen immer wieder so Zeilen Step. Das bedeutet, ab Beginn des Test Cases startet einen Timer. Die Step Funktion selbst berechnet dann, wie viele Sekunden seitdem vergangen sind und speichert diesen Step mit diesem Namen hier ab. Zugleich auch einen Status, der daraus resultiert, ob die Zeit, die vergangen ist, unter der erlaubten Zeit war. Hier habe ich es mir erspart, einen Critical Threshold noch anzugeben, weil das ja nur innerhalb eines Test Cases stattfindet. und entsprechend dann Warenkorb leeren, Step erster Artikel, zweiter Artikel, dritter Artikel, Warenkorb checken und wieder ausloggen. Das ergibt dann eben diese Performance-Daten hier und den Graphen dazu zu dieser Suite. Der sieht dann so aus. Das mache ich jetzt mal ein bisschen größer, dass man da auch was erkennen kann. In das Template habe ich ein bisschen Arbeit reingesteckt, um aus den Performance-Daten, die ja Laufzeitdaten zur Suite, zu den Cases und zu den Steps innerhalb der Cases Informationen enthalten, um die irgendwie möglichst kompakt aufzubereiten, aber doch so, dass sie noch was aussagen. Wenn ich das alles in einen Graphen packe, dann wird der ziemlich schnell unbrauchbar. Der erste Graph bei einer Suite ist immer der für die Suite selbst. Und der zeigt mir die Laufzeiten der beiden Cases an, mit den beiden blauen Farben hier, plus die Laufzeit der kompletten Suite. Die ist fast die gleiche wie die Summe der beiden Laufzeiten der Cases. Da ist fast kein Overhead dabei. Wenn es Fälle gab, wo dieser Check nicht okay geendet hat, wird es mit einem Tick oben markiert. Wenn es Fälle gab, wo unknown data rauskamen und das betrifft auch einzelne Cases, dann kriege ich so einen grauen Balken da drin. Der Grund ist der, wenn mir von fünf Cases einer abschmiert und überhaupt keine Laufzeitdaten auswirft, dann habe ich ja gar nichts, was ich in dem ersten Graph überhaupt stacken kann. Ich habe also nichts davon, wenn ich dann sage, okay, dann lasse ich halt einfach einen weg und dann habe ich statt fünf nur noch vier Balken oder schummel mir einen rein. In dem Fall ist eigentlich die Gesamtlaufzeit dieses Suite Checks nicht aussagekräftig. Und deswegen blende ich den auch gleich wieder aus. Dann kommen die Graphen für die einzelnen Test Cases. Test Case 1, Test Case 2. Jeweils mit den einzelnen Steps, die auch in der Reihenfolge entsprechend dann genannt werden. Das Ganze sind Stacks, das heißt also das sind einfach einzelne Schichten, die aufeinander draufgelegt werden. Step 1, 1, 2, 3 und das Blaue hier oben, das ist dann wieder die Netto-Laufzeit des Cases an sich, also was er halt braucht, um in die Datenbank zu schreiben und so weiter und so fort. Diese Farbe Blau findet man auch wieder hier oben. Also dieses Blau entspricht dem hier und dieses dunklere Blau, das zweite, entspricht dem Blau des zweiten Test Cases. Hier sieht man jetzt in dem Bestellvorgang schon ein bisschen mehr Steps, nämlich diese sechs Stück, die wir hatten, also hier die drei Artikel, wie viel Zeit es jeweils in Anspruch genommen hat. Genau. Und was auch wichtig war, dass ich, wenn nicht okay Stati in den einzelnen Cases passiert sind, dass ich die ebenfalls nach oben reiche. Man sieht es hier zum Beispiel in diesem Case ist an dieser Stelle da, da und hier ist jeweils ein nicht okay Status rausgekommen. und den reiche ich oben. Also in der Suite sehe ich im Prinzip den Worst Status, der sich aus den einzelnen Cases ergeben hat. Genau. Jetzt möchte ich noch kurz zeigen, wie man so einen Check auch mal etwas ärgern kann. Und zwar und zwar möchte ich den Warenkorb, da hacke ich jetzt mal irgendwas rein, diesen Link wird es also nicht geben, da erwarte ich jetzt, dass er auf die Nase fällt und genauso bei der habe ich schon, Steuerung ist. Und die Lieferadresse, da sage ich jetzt einfach mal, dieser Anmelde-Link hier, den wird es nicht geben. jetzt läuft er natürlich gerade, aber jetzt schieße ich ihn mal ab. Dieser Link funktioniert nicht, das Fenster wird jetzt in den Vordergrund geholt und maximiert. Jetzt wird ein Screenshot angelegt. Ab in die Datenbank. Der zweite Testcase, der läuft eigentlich bis zuletzt durch und bei der Überprüfung des Warenkorbs wird er dann feststellen, dass es den Artikel nicht gibt. Und ja, eins der Hauptprobleme an diesen Screenshots, das war lange, wie kriege ich das Fenster in den Vordergrund. Also wenn doch irgendwie mal passiert ist, dass irgendein Fenster davor war, selbst wenn alles zu war und nur Sahi lief und der Browser, konnte man sich nie wirklich drauf verlassen, dass nicht doch nur da haben wir das Konsolenfenster abfotografiert wird. Das habe ich dann dadurch gelöst, dass ich mir über JavaScript den Fenstertitel raushole und damit dann wieder ein VB-Script aufrufe, weil in einem VB-Script kann ich die Fenster nach vorn holen und damit habe ich es dann hinbekommen, auch um dann den Fullscreen-Modus zu starten, damit ich keine Toolbars oder Menüleisten noch mit dem Screenshot habe, sondern einfach nur noch das eigentliche Problem. Dann schauen wir mal, führen wir mal hier einen Reschedule aus. Genau, sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt ich habe jetzt hier die zwei Unknown-Stati, also wenn so eine Exception passiert, dann lasse ich die nicht in ein Critical rennen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich Warning und Critical für Laufzeitfehler vorbehalte und Exceptions, wo der Check also schon vorher aussteigt, mit Unknown, weil da haben wir genau das Problem mit den Laufzeiten. Wenn es eine Exception gibt, dann bricht das Script sofort ab, die Laufzeit, die ich daraus kriege, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist zwar schön, dass sie dann plötzlich nur noch vielleicht zwei Sekunden beträgt, aber ich habe nichts davon. Deswegen ist der bei mir Unknown und der Screenshot, der kommt ebenfalls aus der Datenbank direkt und wird dann als Base64 codierter String in den Output von CheckLockFiles reingehauen und dann habe ich ihn gleich in den Service Details. Und dann sollte man eigentlich auch schon im Grafen sehen, dass sich da jetzt was tut. Was ich noch nicht ganz lösen konnte, es gibt immer eine dünne graue Linie hier an der Seite, wahrscheinlich weil der aller, allerletzte Wert immer ein Unknown ist, weil er erst gefüllt werden muss, aber man wird dann ziemlich schnell auch sehen, dass dieser graue Balken verbleibt. Jetzt sehe ich hier unten auch, dass die Performance-Daten hier ein großes U beinhalten. Da hatte ich mit dem Jörg ja schon mal gesprochen. Das ist was, wo wir noch drüber quatschen müssen, ob man das so erlaubt überhaupt, weil RRD-Tool an sich erlaubt tatsächlich Updates der Datenbank mit Unknown-Werten. Mein Problem ist folgendes, wenn ich eine Exception habe und der Check steigt mir vorzeitig aus, dann werde ich gar keine Performance-Daten kriegen. Das heißt, dieses Feld für die Performance-Daten ist komplett leer. Jetzt habe ich ja bei dieser Art von Check muss ich als Storage-Type für die RRD-Files Multiple hinterlegen. Das heißt, diese ganzen Datenreihen liegen nicht alle in einer RRD-Datei, sondern der legt mir tatsächlich pro Datenreihe eine eigene RRD-Datei an. Und die sammle ich mir wieder ein. Was also hinten an dem Check rausfällt, an Performance-Daten, durchlaufe ich im PNP-Template mit einigen Schleifen. Wenn da jetzt aber nichts drinsteht, dann kann ich mir gar nicht erst einen Grafen bauen. Deswegen sage ich mir, egal, ob da jetzt ein Wert drinsteht, der Check war unknown, dann soll hier ein großes U stehen, aber ich brauche die Labels, um mir überhaupt erst mal diese Grafen zu erzeugen. Damit also PNP weiß, dass zum Beispiel hier eine Legende mit dem und dem Namen gezeichnet werden soll. Was man sieht und was ich nicht vermeiden kann, es sind natürlich nicht mal Steps ausgeführt worden, weil dieser Check, der nur diese blaue Fläche jetzt hat, wenn ihr euch erinnert, wir hatten hier gerade noch Steps stehen, der fiel ja ganz am Anfang auf die Nase, dem habe ich ja den allerersten Link schon eigentlich versaut, den konnte er gar nicht anklicken, das heißt, er hat gar nicht erst die Steps erzeugt, die ich ihm angegeben hatte. Okay, da fehlt natürlich komplett die Information, welche Steps überhaupt vorhanden sind und dann malte mir halt nur noch den Graphen für die Komplettlaufzeit. Genau, aber so sieht es aus. Genau, damit wäre ich fertig. Danke. Auch danke. Handzeichen für Fragen? Ist das ein Handzeichen da drüben? Ich komme mal rum. Ja, hast du ja vielleicht einen steifen Arm oder so. Ja, danke erst mal. Ich habe noch mal eine Frage zu dieser Workflow-Beschreibungssprache von Sahi. Das Schöne ist, die ist schön clean, aber was ist denn, wenn man relativ komplexe Dinge im Quelltext checken möchte? Also wenn man beispielsweise, was wir viel machen, wir gehen mit auf eine Seite, holen wir uns über X-Path bestimmte Werte raus, rechnen damit, vergleichen damit und erst dann gehen wir weiter mit X-Path und holen dann den Wert raus und machen daraus dann ein, was weiß ich, Critical Warning, was auch immer. Geht das mit Sahi auch? Also es ist ja eine ganz andere Philosophie. Dass ich mehr Werte rausziehe. Ja, nee, dass man halt auch wirklich nur bedingt Dinge rauszieht. Also ich verstehe die Philosophie von Sahi nicht so ganz, weil Browserdenken in JavaScript, DOM-Baum kann ich mit X-Path bearbeiten oder mit CSS-Selektoren, wie ich möchte und Sahi macht dann nochmal was anderes, macht dann aber hinten raus wieder JavaScript und JavaScript muss ja dann eigentlich auch wieder mit Selektoren arbeiten, weil das läuft ja in der JavaScript-Lange. Also es klingt so, also schön ist die Syntax, aber irgendwie ist es auch, man abstrahiert sehr, sehr viel von dem, was man eigentlich macht, wenn man zum Beispiel Web-Developer ist. Also was ist so dein persönlicher Eindruck bei der Arbeit, also wenn du wirklich komplexe Checks machst oder auch wirklich mal ein bisschen hin und her vergleichen musst, bevor du sagst, der Wert ist jetzt irgendwie kritisch oder ich verwerfe etwas und hole mir dann wieder einen anderen Wert raus. Naja gut, im Prinzip habe ich ja habe ich ja alle Möglichkeiten, die ich mit JavaScript habe, also der Check kann ja beliebig komplex werden. Wenn ich mir einen Wert aus dem Quelltext rausziehen will, gibt es eine eigene, habe ich jetzt keine gerade hier, aber das ist, ja, Entschuldigung, jetzt glaube ich, habe ich die Frage verstanden. Ja, 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 Du kannst hier alles machen, was du mit JavaScript machen kannst. Also das ist JavaScript plus Sahi-Skript. Also Sahi-Skript ist im Endeffekt auch nichts anderes als JavaScript, aber ist halt einfach ein Sprachraum, der nur Sahi gehört. Da gibt es eigene Funktionen, die nur von Sahi benutzt werden, etc. Aber im Prinzip alles das hier, genauso wie die, wie die Nagios Include-Datei. Das ist alles pures JavaScript. Genau. Sonst noch? Ja, würdest du sagen, diese Lösung ist schon noch in der Findungsphase oder schon für den harten Produktionsbetrieb fertig, ready to go? Ich würde sagen, jetzt kann sie eingesetzt werden. Also mit NSCA hatte ich selber so ein komisches Bauchgefühl, weil ich halt genau wusste, ich renne ziemlich schnell in diese, in diesem begrenzten Output, auch wenn es vielleicht mittlerweile geht, aber ich will es nicht gleich wieder an irgendwelche Bedingungen knüpfen. Mit der Datenbank hat man noch ganz andere Möglichkeiten und ich finde diesen Modus eigentlich ziemlich praktisch. Es bleibt alles in der Datenbank, ich kann mir auch die Historie komplett ansehen, ich habe alle Screenshots mit zu den Cases abgespeichert. Es ist schon sehr weit. Wie schwer ist es bei Sahi jetzt zu sagen, ich möchte es nicht mit Firefox, sondern mit einem anderen, ist es einfach nur umschalten? Genau, du hast, das kann ich noch kurz zeigen, im Controller hast du die Möglichkeit, jetzt ist mal wieder gut, Du hast im Controller die Möglichkeit über Configure die Browser, genau, Browser-Type-XML, das ist ein ganz einfaches XML-File, welches mir den Pfad zu den verschiedenen Browsern angibt. Na ja, was ich mit dem Phantom-JS gemacht habe, ist halt einfach der hier. Ich sage ihm, wie ich den starte und na ja, dann ist es ein Browser, der alles kann, was alle anderen Browser auch können. Genau. Hallo? Ah, ich hatte noch mal die Frage, ich hatte vor einer geraumen Zeit sowas auch mal wieder versucht und habe dann wieder festgestellt, für mich persönlich, dass mit anderen Projekten die Verfügbarkeit, also das Ding immer wieder zu laden und die durchlaufen zu lassen, für mich mehr Fehler produziert hat, als mir zu helfen, Fehler zu finden. Wie ist deine Erfahrung da? Ich hatte jetzt bei dir auch gesehen, dass du ziemlich viele graue Balken drin hast in deinen und jetzt eher auf dem Unknown als auf dem Error haust. Also ich habe festgestellt, dass es dann, wenn man so alle zwei, alle fünf Minuten macht, einen Monat mal stabil durchlaufen zu kriegen, schwierig war. Hast du da bessere Erfahrungen mit Sahi gemacht? Bei Wartia hatte ich zum Beispiel Auto-IT hatte ich das Problem. Achtung, die grauen Balken im Grafen resultieren aber daraus, dass der Check eine Exception hatte. Da ist halt ein Screenshot gezeigt worden. Meine Erfahrung ist, dass die Exception eher von dem Sahi kommt, als von der Webseite, die nicht funktioniert. Wenn du dann auf die Webseite gehst, geht die, aber das Sahi hat sich, oder nicht das Sahi, oder halt Auto-IT, Wartia, also das Prüftool selber hat sich aufgehängt, weil es da irgendwie eine Exception gibt und schmeißt die raus, anstatt dass die Webseite nicht funktioniert. Das ist mir, ich kenne das Problem und ich weiß auch, mein Verlauf der Lernkurve am Anfang bei Sahi war schon auch beachtlich und von daher kenne ich genau die Fehler. Dass es erst mal knallt und man weiß nicht genau, wo man suchen muss und also der Frustrationsgrad ist da enorm am Anfang und genau deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das irgendwie kapseln und einfach immer einen definierten Aufruf schaffen, vorher bestimmte Sachen schon mal prüfen, dass ich möglichst sicher gehen kann, dass der Check, so wie ich ihn definiert habe, von sich aus laufen müsste und wenn er fehlschlägt, dass es dann eigentlich schon an der Webseite liegen müsste. Also ich denke, das habe ich damit ausgemerzt. Ja, das geht bei dir gut, weil ich hatte zum Beispiel ein anderes Problem, wenn da ein Braut, dass ich... Können wir gerne, ja. Ich habe zwei kurze Fragen. Die erste, was für Datenbank, wo läuft die? Das ist eine MySQL, die läuft momentan auf dem Windows-Host, aber es spricht auch nichts dagegen, die auf dem Monitoring-Host laufen zu lassen und dann meinetwegen auch mehrere SAHI-Kisten aufzusetzen, die verschiedene Sachen prüfen, die dann alle in die gleiche Datenbank schreiben. Und am Anfang des Vortrags hieß es, das ist Java-basiert? SAHI selbst ist in Java. Ach, okay. Genau, das ist ein Java-Prozess. Aber die Erweiterungen jetzt, die funktionieren nur unter Windows? Die funktionieren nur unter Windows, genau. Das SAHI-to-OMD, das ist natürlich VW-Script Windows. Ich habe mich erstmal auf Windows beschränkt, weil natürlich da die, ja, da ist auch der Internet-Explorer vorhanden, der natürlich auch bei vielen Firmen wichtig ist und habe Windows, aus dem Grund erstmal die Präferenz gegeben. So, jetzt einfach bitte nur noch eine kurze Frage. Ansonsten, der Simon steht auch sonst noch zur Verfügung hier nach. Habt ihr hier andere Tools auch angesehen? Diesbezüglich der Selenium zum Beispiel oder Casper GS? Also ich hatte vor drei Jahren schon mal mit SAHI zu tun. Das war mein Erstkontakt überhaupt mit End-to-End-Monitoring und bin eigentlich immer dabei geblieben, habe mir die anderen, ehrlich gesagt, noch nicht genauer angeschaut, weil auch durch Projekte ich immer weiter an dem geblieben bin und ich konnte bisher alles damit machen. Dann nochmal vielen Dank, Simon. Danke. Applaus goes und ich freue mich, mit dem